Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Democracy 4 Video, diesmal Kanada-Schnellklick-Runde. Das Video stammt aus einem Stream, den ich anlässlich zur Veröffentlichung der Beta-Version von Democracy 4 gemacht habe. Jeden Dienstag streame ich auf Twitch die Dienstagspolitik. Normalerweise ist Romy Höhne noch mit dabei, das ist eine Politikwissenschaftlerin, aber die war dieses Mal krank und ich habe es alleine gemacht. In jedem Fall, ich mache Kanada auf und bemühe mich relativ schnell zur nächsten Wahl zu kommen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. New Game, Kanada und ich nehme auch hier die Schwierigkeit auf 160%. Three-Party-System ist schon angeklickt für mich. So, schnell-Klick-Partei. So, nehmen wir mal die. The Socialist Revolutionary Party und The Eternal Freedom Party sind doch zwei gute Gegner. Und jetzt mache ich es wirklich, wirklich zügig, dass ich da durchkomme. Ohne groß darüber nachzudenken. Ich bin mal sehr gespannt, weil Kanada habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, habe ich auch noch nicht reingeguckt. Jetzt würde ich halt gerade mal mir Kanada angucken wollen zumindest. Wir sind gewählt worden. Kanada sieht relativ gut aus. Das ist ja spannend. Oh, wir haben einige pulsierende, pulsierende Probleme. Erstmal haben wir einen Vorteil hier oben. Northwest Passage. Die Northwest Passage ist eine Handelsroute, die entlang der nördlichen Küstenlinie von Kanada verläuft, die oft blockiert ist durch das Eis. Der Klimawandel hat dazu geführt, dass das Meereis oft geschmolzen ist und so diese Route eröffnet wurde. Das ist ein Vorteil für uns. Krass. Okay, gucken wir uns die Probleme an. Proteste. Hoch. Große, weil es unserer Umwelt schlecht geht. Die nicht kompetitive Wirtschaft haben wir auch. Und wir haben ein riesiges Umweltverschmutzungsproblem. Krass. Wir haben überfüllte Krankenhäuser. Wir haben ein Fettleibigkeitsproblem. Wir haben einen Dr. Strike, der gerade am Laufen ist. Und wir haben ein riesiges Problem mit der Asthmaepidemie. Und direkt nach der Wahl haben wir ein mieses Umfragerating. Wir haben ein gar nicht so hohes Defizit. Und die Weltwirtschaft scheint gerade zu steigen. Wir haben 14 politisches Kapital. Hier die Probleme in Angriff zu nehmen. Also erstmal, wir haben ein unglaubliches Problem mit Umweltverschmutzung. Also Reforestation. Hoch. Dann haben wir Healthy Eating Campaign. Da haben wir tatsächlich. Kostet einen, die hochzusetzen. Jawohl. Sehr schön. Da Tobacco Awareness Campaign. Auf jeden Fall. Hoch. Ja, wir müssen was für unsere Wirtschaft tun. Da würde ich dir sagen, die Business Startup Campaigns auch. Ich mache jetzt eine wirklich wilde Schnellklickrunde. Könnte man sagen. Hier haben wir Free School Meals. Die würde ich hochsetzen. Auch wenn wir ein Defizit haben. Und unser Gesundheitssystem würde ich boosten. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Ich habe auch nur noch drei. Wo kann ich hier noch was ändern? Ich könnte hier Eco Home Regulations. Könnte hier was bei den Pollution Control Sachen machen. Ja, die will ich hochsetzen, um die Pollution irgendwie in den Griff zu bekommen. Genau. Jetzt habe ich nur noch eins. Also nächste Runde. Unsere erste Runde für Kanada. Situation imminent. Cyber Warfare. Um Gottes Willen. Das hatte ich ja noch nie. Das ist kurz davor. Huiuiuiuiui. Und Housing Expansion. Das ist die Geschichte, ob wir Sachen in den grünen Gürtel bringen. Wir bauen. Wir behalten die Planning Restrictions. Kapitalisten finden es natürlich wieder doof. Aber die Pharma finden es auch gut. So. Popularity geht hoch. Super. Defizit geht runter. Super. Unser GDP steigt. Die Weltwirtschaft steigt. Gehen wir ja kurz die Probleme durch. Proteste gehen nach oben. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht hoch. Die Umweltverschmutzung geht ein klein wenig runter. Fettleibigkeit. Kleiner Knick. Dr. Strikes gehen leicht hoch. Überfüllung der Krankenhäuser ist begleich geblieben. die Asthmaepidemie. Das heißt, ich würde jetzt als nächstes ganz schnell Gesundheitssystem, auch wenn es super teuer ist. Ja, ist gar nicht super teuer. Aber muss mich an die kleineren Zahlen für Kanada gewöhnen. Ich erhöhe das Gesundheitssystem. Die Ausgaben. Dafür jetzt habe ich noch 5. und wir gehen in Transport und gucken, arbeiten von zu Hause, führen wir ein. Und zwar volle Lotte. Haben wir noch 3. Haben wir was in Transport. Bicycle Subsidies. Ja, Carpooling. Campaign. Und nächste Runde. Situation steht kurz bevor. Gig Economy, die verfolgt uns auch immer. Ban Tobacco AdWords. Auf jeden Fall sorgen wir dafür, dass es verboten wird. Dass es verboten wird. Wir haben eine Asthmaepidemie. Tabacco Usage geht runter. Und da fällt mir doch direkt mal ein, was wir jetzt in dieser Runde machen können. Wir sorgen erstmal dafür. Oh Gott. Die Steuer auf Benzin ist so niedrig. Die müssen wir hochsetzen. Auf jeden Fall. Habe ich nur noch 6. Wir haben schon eine Steuer auf Drogen. Das ist doch super. Junk Food Text. Um Gottes Willen. Wie konnte ich die nur vergessen? Volle Lotte. Und da haben wir schon kein politisches Kapital mehr. Nächste Runde. Garbage Scam. Ach, da wurden wir dabei erwischt, wie wir unseren Müll ins Ausland verschifft haben. Das sorgt dafür, dass Umweltschützer es doof finden und die Auslandsbeziehungen nicht gut. Ansonsten haben wir keine Ereignisse. Dann machen wir doch mal schnell was für die Auslandsbeziehungen. Oh. Foreign Policy. Können wir nicht wirklich was machen? Citizenship Test. Wir haben schon tolle Auslandsbeziehungen. Und wir haben auch eine... Hm. Okay. Gucken wir uns die Probleme an. Proteste. Gehen nach unten. Nicht bewertsfähige Wirtschaft stagniert. Unsere Luftverschmutzung. Kaum ein Impact. Die Fettleibigkeit geht runter. Dr. Strikes ist gleich geblieben. Oh, sehr gut. Die überfüllten Krankenhäuser gehen runter. Und unsere Asthmaepidemie ist gleich geblieben. So, gucken wir in Transport. Ah, okay. Nein. Wieder an Romy denken. Wir müssen irgendwas gegenfinanzieren. Also, ich würde sagen, Frequent Flyer kostet zwölf. Ich würde sagen, wir machen die bestrafenden Steuern für Superstores. Durchaus ein bisschen höher. Haben wir noch drei. Und wir tun was für die Wirtschaft. Wir führen das National Business Council ein. Und zwar ungefähr da. Und machen nicht so runde. Cyberwarfare. Oh Gott. Ach, wir müssen unseren Intelligence Service hochsetzen. Und wir haben wenig Military Spending. Okay, Cyberwarfare hat angefangen. Und Support Democracy Protesters. Ja, wir unterstützen natürlich die Protestierenden. Liberal find's doof. Find's gut. Foreign Relations. International Trade geht runter. Tja. Ach, so ist das halt. Also, erstmal Geheimdienst. Wir müssen den Geheimdienst hochsetzen wegen der Cyberwarfare. Okay. Unser Militärbudget ist Light Defense. Da würde ich tatsächlich auch rein und drei politisches Kapital ausgeben und einiges an Geld, um was gegen die Cyberwarfare zu machen. Ich habe jetzt quasi direkt darauf reagiert. Die nicht kompetitive Wirtschaft. Okay. Umweltverschmutzung geht runter. Fettleibigkeit hat einen Trend. Dr. Strikes geht wieder hoch. Überfüllte Krankenhäuser sackt gut ab. Keine, ähm, ja. Horsti, ja, um Gottes Willen, wenn du so wenig geschlafen hast, dann ab ins Bett. Marsch, marsch. Schön, dass du da warst. Gute Nacht wünsche ich dir. So, ähm, unser Defizit ist echt gering. Unser GDP sackt ab. So, unser GDP ist abgestürzt. Ähm, weil wir die, äh, demokratischen Proteste unterstützen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich erinnere mich an Romis Worte. Wir müssen die Wirtschaft unterstützen. Wir müssen die Wirtschaft unterstützen. Wenn es uns gerade nicht gut geht. Und da würde ich doch mal sagen, gehen wir auch, ähm, machen wir was für die Wirtschaft. Und da sind wir bei Null und machen direkt nächste Runde. So, Credit Rating ist downgegraded. Oh Mann, ey. Situation imminent. Gig Economy verfolgt uns wieder. Huiuiui. Wie sieht es hier aus? Cyber Warfare. Hm. Das hat einen unglaublichen Impact auf unser GDP. Das war der Impact, den wir hatten. Intelligent Service. Es hilft alles nichts. Ich muss den Intelligent Service auf volle Lotto hochsetzen. Es hilft alles nichts. Das ist so ein krasser Impact auf unseren Dings. Die Proteste bleiben gleich. Die nicht kompetitive Wirtschaft. Auch die Umweltverschmutzung geht runter. Weil unser GDP so krass eingefallen ist. Obesity, also Fettleibigkeit geht runter. Dr. Strikes gehen hoch. Überfüllung der Krankenhäuser geht wieder hoch. Verdammt. Und wir haben einen, Gott sei Dank, etwas gegen die Asthmaepidemie. Aber das geht gleich wieder hoch. Fürchte ich. Transport. Fuel Efficiency Standards. Macht uns nicht sehr beliebt. Aber da würde ich tatsächlich in diese Richtung gehen. Und Welfare Economy. Ja. Wir machen was für die Farmers. Und Steuern. Haben wir noch irgendwas an Steuern? Law and Order. Oh ja. Wir haben ein Witness Protection Program. Das führen wir auf mittlerer Ebene ein. Und dann machen wir nächste Runde. Global Hit Drama. Ach, endlich was Positives. Patrioten finden es gut. Also es gibt eine, es gibt ein Theaterstück, was ein internationaler Hit geworden ist. Sorgt für guten Tourismus. Gute ausländische Beziehungen. Großartig. Unsere Kriminalität geht zurück. Die Gesundheit geht hoch. GDP geht hoch. Gott sei Dank. Unser Defizit ist zwar hoch, aber ja, GDP geht hoch. Weltwirtschaft. Tja. Also gucken wir unsere Probleme an. Cyber Warfare geht nach unten. Jawohl. Luftverschmutzung geht runter. Sehr gut. Die Proteste gehen ganz leicht runter. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht ganz leicht runter. Fettleibigkeit ist auf dem Abwärtstrend. Dr. Strikes gehen hoch. Verdammt. Die überfüllten Krankenhäuser gehen wieder hoch und wir verlieren ein paar. Das ist sehr, sehr gut. Ich würde was für das Gesundheitssystem tun, wie das hier sorgt für, das tut was für die Armen, für, gegen die Armut und sorgt für einen kleinen Bonus im Health. Das ist sehr schön. Congestion Charging. Congestion Charging. Das ist super. Das führen wir auf einem relativ niedrigen Niveau ein. So nämlich. Das sorgt dafür, dass Car Usage runter geht. Wie sind unsere Popularity? Geht steil nach oben, liebe Freunde. Sehr, sehr schön. Nächste Runde. Das hier ist, ob trotz viel privatem Landbesitz Leute noch unsere schöne Natur genießen können und ob irgendwo Wege gemacht werden müssen. Und da machen wir Expand Right of Way. Farmer finden es doof, Sozialisten finden es gut. Ich finde, es ist die moralisch richtige Entscheidung. So, Problem ist Cyberwarfare. Geht runter. Das will ich sehen. Das ist gut. Die Verschmutzung geht wieder hoch, weil sich das GDP fängt, also das Bruttoinlandsprodukt. Die Proteste gehen runter. Das wird nicht lange so bleiben. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft sinkt etwas. Fettleibigkeit ist auf dem Abwärtstrend. Dr. Strike hoch. Krankenhäuser fangen sich wieder. Und die Asthmaepidemie kommt zurück. Huyuyui. Huyuyui. So. Wir müssen was für die Wirtschaft tun. Vertical Farm Subsidies. Finde ich eine super Sache. Möchte ich gerne einführen. Und da bin ich auch schon vorbei. Damit tue ich was für Farmer, für ganz, ganz viele Interessengruppen. Das war vielleicht gerade ein bisschen unüberlegt. Aber wir spielen eine Schnellklickrunde. So ist das halt. Situation imminent. Gig Economy. Single-Use Plastic Ban. Ban Single-Use Plastic Bags. Auf jeden Fall. Liberale Kapitalisten finden es doof. Umweltschützer finden es gut. Sehr schön. So. Unser Defizit. Wir machen weiter Schulden. Unser Bruttoinlandsprodukt steigt. Ich will jetzt bei Tags gucken. Ich muss Geld organisieren. Könnte man sagen. Frequent Flyer Tags. Das ist eine sehr gute Sache. Würde ich relativ hoch ansetzen. Flugbenzin. Jawohl. Ja. Und da können wir auch schon nichts mehr machen. Könnte man sagen. Verpflichtende. Oh, das ist ganz krass. Hoch. Gucken wir mal, ob wir noch was für zwei haben. Trade Council. Jawohl. Trade Council. Na. Auf einem mittleren Wert. So. Sehr schön. Nächste Runde. Tourist killed in Animal Attack. Oh Gott. Ein Tourist wurde von einem wilden Tier angefallen. Minus 10 Tourismus. Cyber Warfare. Okay. Cyber Warfare ist vorbei. Gott sei Dank. Das heißt, ich kann den Intelligent Service zurückfahren. Ich muss ein bisschen Geld sparen. Apply Changes. Ja. So. Proteste gehen langsam zurück. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft stagniert. Luftverschmutzung geht wieder in die Höhe, weil sich unser GDP wieder fängt. Fettleibigkeit geht langsam runter. Dr. Strike geht hoch. Überfüllte Krankenhäuser geht wieder hoch. Und wir sind wieder hochgegangen wegen der hohen Umweltverschmutzung. Muss nochmal in Transport reingucken. Ja. Bicycle Subsidies. Volle Lotte. Oh. Ja. Apply Changes. So. Haben wir noch sechs. Clean Energy Subsidies. Auf jeden Fall. Auf eine Billion möchte ich die machen. Ja. Die zwei, die ich jetzt noch, die vier, die ich jetzt noch über habe, nehme ich mit in die nächste Runde. Cyber Warfare ist vorbei. Gott sei Dank. Merger. Ich blocke den Merger und Situation immanent Real Estate Bubble. Oha. Wir müssen was machen für Housing und da gab es doch was hier. Rent Controls. Da würde ich doch mal sagen, gehen wir ein bisschen höher rein. Okay. Kostet uns vier. Weil die Situation ist noch nicht eingetreten. Das ist jetzt quasi meine Reaktion darauf. Die Proteste gehen wieder hoch. Nicht kompetitive Wirtschaft bleibt gleich. Luftverschmutzung geht wieder hoch. Oh Mann. Fettleibigkeit ist auf dem Abwärtstrend. Dr. Strikes. Krass. Unsere überfüllten Krankenhäuser bleiben. Asthmaepidemie bleibt weiter. Wie sieht es aus? Defizit sind wir auf 25. Unser GDP ist krass hochgegangen, aber die Weltwirtschaft geht zurück. Ja. Okay. Flugbenzin haben wir erhöht. Da würde ich jetzt noch mal 4 nehmen, um das noch mal zu erhöhen. Und die Kfz-Steuer, die Steuer auf Autobenzin würde ich noch mal hochsetzen. Jetzt bin ich schon wieder bei 2 und Micro-Generation Grants. Würde ich direkt dafür wieder ausgeben, dass was wir da mehr bekommen. Und dann gucken wir mal, was das gebracht hat. Oh, sehr gut. Private Space Industry hat angefangen. Es gibt uns, everyone findet es toll. GDP geht nach oben und die Patrioten finden es gut. Ist ein ganz cooler Vorteil. Airport Expansion. Ich verbiete die Ausbreitung. Oh, ich habe die Ausbreitung erlaubt. Tourismus und Air Travel geht hoch. Naja, ich habe es besteuert. Dann kriege ich dadurch wahrscheinlich mehr Einnahmen. Gig Economy wird wahrscheinlich jetzt starten. Tja, Mist. Proteste gehen nach oben. Nicht kompetitive Wirtschaft bleibt relativ gleich. Luftverschmutzung ist hoch. Fettleibigkeit geht weiter runter. Dr. Strikes habe ich wenig dran gemacht. Überfüllte Krankenhäuser. Asthma-Epidemie ist immer noch auf einem hohen Niveau. So, da würde ich jetzt sagen, wir machen Free Bus Passes. Und ich gebe dafür halt richtig viel Geld aus. Das war teuer. Wo kann ich noch was? Tabaksteuer kann ich nur senken. Die Steuer auf Drogen setze ich hoch. Okay. Und einen nehmen wir mit rüber. Ach, Gig Economy hat angefangen. Einer unserer Minister möchte, dass wir Plastik-Bag-Tags einführen. Finde ich super. Auf so einem mittleren Level. Gut, machen wir. House Market Boom. Die Armen haben Probleme. Wealthy. Generation Wealth Gap. Okay. Oh, die Religiösen planen wieder was gegen mich. So, so. Gig Economy ist da. Heißt für mich, ich muss hier was machen. Weil Real Estate Bubble. Proteste. Ja. Gig Economy geht hoch. Nicht kompetitive Wirtschaft ist gleich geblieben. Unsere Pollution ist wieder hochgegangen. Verklebigkeit geht weiter runter. Dr. Strikes. Überfüllte Krankenhäuser. Ja. Puh. Defizit haben wir immer noch. Aber unser GDP ist oben am Anschlag. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich führe eine neue Steuer ein, dass die großen Konzerne das nicht, dass ihre Gewinne nicht mehr verschieben können. Und da würde ich halt so hingehen. Das gibt uns ein bisschen was. Jetzt haben wir noch drei. Wo können wir noch was anfassen? Hier haben wir Drug Treatment Scheme. Das setzen wir mal hoch für zwei. Okay. Das sorgt für einen Gesundheitsimpact. Und dann müssen wir auch schon nächste Runde machen. Corporate Manslaughter. Wir verabschieden dieses Gesetz. Das ist ein sehr sinnvolles. Wie sind unsere Approval Ratings? Wir sind so im Mittelfeld. Kompass. Wir sind hier auf der sehr liberalen und wir bewegen uns krass in die kapitalistische Richtung. Hätte ich gar nicht gedacht. Tja. Umweltverschmutzung geht runter. Ich klicke die jetzt alle nicht durch. Weil ich denke, wir müssen was für die Wirtschaft tun und für den Verkehr. Aber da kann ich wenig tun. State Housing. Ah. Das führen wir ein. Das hat mich wahnsinnig viel gekostet. Was ist das? Family Planning. Social Care. Würde ich ein bisschen hochsetzen, weil ich das für richtig halte. Weiß jetzt nicht, ob das ist. Und Community Policing. Das hat uns gar nichts gekostet. Bus Lane setze ich hoch. Für zwei. Sehr schön. Nächste Runde. Religious Plot. Die sind ein wenig zurückgegangen. Aber, okay. Illegal Immigration Amnesty. Ich würde sagen, ich gebe ihnen Amnesty. Patrioten finden das doof. Aber so ist es halt. Kann ich nichts für. Unser Health geht nach oben. Das liebe ich, das zu sehen. So. Verschmutzung. Geht nach unten. Auch wegen unserer Steuerpolitik. Unser Defizit ist weiter krass. Nicht kompetitive Wirtschaft. Geht runter. Gekeconomy ist hoch. Proteste. Hm. Fettleibigkeit. Geht wieder hoch. Verdammt. Dr. Strike geht runter. Überfüllte Krankenhäuser. Hm. Asthmaepidemie geht runter. Ich würde sagen, wir müssen in den sauren Apfel beißen. Und mehr ins Health System stecken. Für 5. Und. Ja. Gesundes Essen subventionieren. Und zwar volle Möhre. Und nächste Runde. Wir sind schon bald bei der Wahl. Garbage Scam. Ah. Foreign Relation. Doof. Credit Rating downgraded. Ah. Das trifft uns hart. Und unsere Wirtschaft auch. Das ist richtig doof. Äh. 26 Defizit. Unser GDP. Dem geht es gut. Aber wir haben ein Defizit. Ähm. Ja. Das geht zum Glück runter. So. Was haben wir hier? State Energy Company. Antibiotika Company. Okay. Ich würde Minimum Vage mal anheben wollen. Ah. Rural Development Grants. Das ist etwas, was mir immer wirklich gut gefällt. Und da gehe ich auch tatsächlich mal hoch rein. Und dann machen wir nächste Runde. Äh. Ein Minister möchte, dass wir eine Politik einführen. Möchte Antibiotika in der Massentierhaltung, äh, ähm, verbannen, quasi. Und da kann ich hinterstehen. Auf jeden Fall. Ja. Clusterbomb Bann. Ja. Bann Clusterbomb. Auf jeden Fall. Wir sind in der Schnellklickrunde. Finde ich super. Nur zu eurer Information. Äh. Wir gucken die Probleme an. Proteste gehen leicht runter. Geek Economy ist relativ hoch. Nicht kompetitive Wirtschaft geht langsam runter. Luftverschmutzung ist auf dem Abfall. Nass das gut. Obesity geht runter. Ähm. Dr. Strikes gehen runter. Das ist schön. Äh. Oh. Die überfüllten Krankenhäuser gehen runter. Und die Asthmaepidemie geht runter. Das ist ja super. Unser Defizit ist gestiegen. Die Weltwirtschaft geht nämlich gerade gewaltig herunter. Na sowas. Wie ist unsere Popularity? Gar nicht schlecht. Wie lange haben wir noch? Noch vier Runden. Bis zur Wahl. Haben wir noch was Kleines, was wir machen können? Ja. Machen wir das. Und. Ja. Und Social. Justice Foundation. Nächste Runde. People's Modeling. Ähm. Es wurden Menschen reingeschmuggelt. Ich erlaube ihnen, dass sie hier bleiben können. Das wird nicht allen gefallen. Aber so ist das halt. Ähm. Ähm. So. Was haben wir? Defizit 31. Ja. Die Weltwirtschaft sackt ab. Ähm. Wie sieht's denn hier? GDP, Health, Education. Unemployment. Gucken wir doch mal was dagegen. Ähm. Unemployment Benefits. Tja. Immigration ist gerade etwas, was ich eigentlich nicht zurückfahren möchte. Racial Tensions. Das sieht alles noch gut aus. So. Was haben wir hier? K1 Mission Limits. Die würde ich mal hochsetzen. Für 4. Ähm. Wir haben relativ geringe. Hm. Alkoholsteuern sind hoch. Äh. Wie sieht's denn hier aus? Ja. Rauchen können wir doch mal stärker besteuern. Und Alkohol können wir auch mal stärker besteuern. Jawohl. Ähm. Nächste Runde. Äh. Trade Dispute. Okay. Oh. Der Food Price geht hoch. Was können wir dagegen machen? Ach. Der Food Price ist kein großes Problem, so wie es aussieht. Gucken wir mal kurz die Probleme an. Protester. Okay. Gig Economy ist hoch. Ähm. Luftverschmutzung geht nach unten. Fettleibigkeit geht weiter runter. Das ist super. Dr. Strikes geht runter. Überfüllte Krankenhäuser. Ach. Geht wieder hoch. Und Asthmaepidemie ist auf dem abfallenden Ast. Hilarity. Ich weiß noch nicht. Wir müssen mal langsam wieder was für die Wirtschaft tun. Entrepreneur Investment Scheme. Anwenden. Und machen wir kleine Automation Tags. Und dann machen wir Free Parenting Classes. Geben dafür auch richtig Kohle aus. Und wir haben noch zwei. Ja. Nächste Runde. Jetzt müssen wir Wahlversprechen abgeben. Game Food Group. Large Agricultural Companies. Also wenn das von denen kommt, dann ban ich Game Food. Nicht, weil ich generell gegen Game Food bin. Aber so sieht das aus. Situation imminent. Corporate Exodus. Das hat schon angefangen. Okay. Wir müssen. Manifesto. Circularity of Education. Oh ja. Rise by 50%. Möchte ich. Ja. Die Religiösen werden das richtig scheiße finden. Prisons. Erhöhe ich. Amt Police. Carbon Tax. Nein. Intelligent Services. Jawohl. Jetzt habe ich drei Wahlversprechen gemacht. Jetzt muss ich was für die Wirtschaft tun. Mehr für die Wirtschaft. Tax. Tax. Economy. Robotic Research Grants. Jo. Und mehr Economy. Das finden wir auch alle ganz toll. Bisschen höher. So. Und jetzt gucken wir, was die Wahl sagt. Ich bin sehr gespannt, was diese Schnellklickrunde ergeben hat. Auf 160% Schwierigkeit. Oh. Majority. Majority. Oh. Oh. 51%. 51%. Das ist wirklich knapp. ab. Meine Fresse. Die Religiösen finden uns richtig scheiße. Die Gewerkschafter auch. Und Konservative finden uns richtig scheiße. Dabei habe ich so viel tolle Sachen gemacht. Ich gehe das jetzt nicht alles durch. Aber ja, krass. So, das habe ich jetzt gespeichert, weil mittlerweile ist es soweit. Wir haben kurz nach 12 Ich hatte heute einen langen Tag und ich muss jetzt sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle, die da waren. Kommt gerne auf unserem Discord-Channel vorbei. Der Link steht auf der Twitch-Seite. Morgen gibt es endlich wieder. Endlich, endlich, endlich. Nach so langer Zeit. Morgen spiele ich wieder Stellaris Orcs in Space. Wir haben den dritten Krieg überlebt und ich will das weiterspielen. Ich habe richtig Bock auf Stellaris. Und ich glaube, das wird auch eine längere Sitzung. Also, wer Bock hat auf Stellaris, kommt morgen vorbei. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz, ganz wundervolle Nacht. Schön, dass ihr alle da wart. Bleibt mir gewogen. Kommt öfters vorbei. Folgt mir gerne auch auf Twitter. Und ansonsten Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden euch allen. Das war es erstmal für dieses Democracy 4 Video. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Zeit habt, lasst ein Like da, empfehlt es weiter, schreibt einen Kommentar. Würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten kommt doch mal dienstags auf twitch.tv slash anderelampe vorbei. Dienstags gibt es dort immer Dienstagspolitik mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne. Ich wünsche euch einen schönen Tag.